Willkommen zurück zu der neuen Folge GTA San Andreas Nummer 14 müsste das sein und da kriegen wir auch schon den vorhergesagten Anruf. Hey Carl, Dude! Now I got the little Maumau you're after. Maumau. Oh man, people are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Oh man, I don't know you, I don't know you. Prank-caller, prank-caller! Fuckin' try it, eh, tooth. Holy shit. Und hopper, hier fährt ein Nachrichtenwagen rum, mitten in der Einöde. Ich brauch irgendein Radio, das ist egal, ob das nicht passt. Dubstep, Alter. Sonst ist das ein bisschen kacke, wenn man die ganze Zeit nur so Auto-Geräusche hört. Wenn ich mal wieder nicht rede, so ein paar Sekunden. Ein paar viele Sekunden. Oh, 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 oh. Boah, Alter, ich wollte nicht die Brücke runterfliegen, da hab ich gar keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich. Die Frage ist, wo müssen wir eigentlich ganz genau lang? Na? Alter, nein! Irgendwie so... Der geht so beschissen hier rüber, ne? Was soll der Müllkern? Ah, okay. Mit Pfeiltasten. Hallo? Wo ist hier hin? Hä? Hä? What the hell? Äh... Hallo? Jetzt hört man bestimmt die Scroll-Geräusche. Hä? Alter, was? Wo würden wir hin müssen? Ähm... Ja. Jetzt hätte ich gerne diesen Cheat, dass wir... Oh mein Gott. Diesen Cheat, dass wir da hinkommen könnten. Aber ich hab mein Cheat-Heft immer noch nicht rausgesucht. Und ich kann auch nicht eben bei Googlen. Das wird ne lange Fahrt. Stellt euch drauf an. Oh, bevor mir die Karre um... Alter, ja sicher. Bevor mir die Karre um die Ohren fliegt. Manchmal eben hier Gesundheits-Bug. Äh, Gesundheits-Bug. Gesundheits-Sheet. Oh shit, das wird ne lange Fahrt. Und das mit ner schnellen Karre. Oh Junge... Warum muss die Brücke jetzt auch unten drunter sein? Und hier kommen wir nicht... Ne, keine Chance. Kommen wir nicht drüber. Ah, wir sind wieder hier in äh... Los Santos. Da kommen wir nicht oft hin leider. Ja, ich vermisse Los Santos jetzt schon immer. Äh... Autobahnauffahrt mal anders. Wie immer. Oh scheiße, wir müssen... Wir müssen hier runter schon. Okay, war gar nicht so leid, wie ich dachte. Na warte, wir sind gleich da, Junge. Truth, wir kommen. Du behinderten alten Sack. Holy shit. Oh, was ist das denn hier für ne scheiß Gegend? Ich hasse diese Schlangenlinien einfach. Egal ob in Need for Speed oder hier. Man. Nein! Nur ein scheiß Bullshit hier, ey. Und diese... Guck dir den mal an, Alter. Der hängt da mit seiner Latzhose auf dem... verkackten Sanchez-Motorrad. Und fährt durch die Pampa. Der ist einfach so behindert aus hier. Okay, da müssen wir hin. Beziehungsweise da sind wir schon. Wurde aber auch Zeit. Schon dangerous. No. Trees passen. Oh mein Gott. Schon kein Bob mehr. Will be shot. Are you going to San Friero? I don't know. What the hell? Peace. I've got everything you need, Lone Traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look. Here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Oh. Damn, man. There must be two tons of that stuff back there. One. Three. Ramah. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Uh oh. Narcs. You fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. What's all this? Calm brother. Panic paves the way to bad karma. Yeah. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Super. Wir müssen jetzt seine verkackten, verkackten Drogenfälle anzünden. Weil der Trottel... Weil die Bullen kommen. Oh, shit. Ich hasse die Mission. Ich erinnere mich zu gut an diese Kack-Mission. Alter Tchuf, kannst du gar nix? Mach mal hier. Ja, super. Der Helikopter beobachtet uns dabei. Bringt dann auch viel, die einfach zu verbrennen. Meiner Meinung nach. Fuck up! Fuckl! Oh mein Gott, das hab ich vergessen. Wir haben gar nicht un... Das war das Schlimmste an der Mission. Wir haben nicht unendlich von dem Scheißzeug. Oh, Junge. Das heißt, wir können nicht unendlich hier drauf latzen. Okay, aber ich glaube, das fackelt auch irgendwie weiter. Holy shit, man. Holy shit, man. Das nervt so. Okay, hier ist alles abgefackelt. Oh, das sind nur so viele Reihen, man. Und wie viel Hanf oder was der auch immer ja hat, hat er denn hier? Ich hab die Mission immer geast. Das ist der Arschloch, der Typ, ey. Weißt du, erst will er Geld von uns, obwohl wir ihn nicht kennen. Und dann sollen wir hier seine ganzen Plantagen anfackeln. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wenn wir sehen, ob das überhaupt so klappt. Ja, ja. Komm, komm, rein. Alter, nein. Noch zwei so ne Dinger. Und wir haben kaum noch... Du, ihr seht das. 36. Komm, komm, komm. Fackel, Fackel. Oh mein Gott, wir haben jetzt ein richtiges Problem. Gleich beim Schuppen liegt noch mehr Munition. Will ihr nigger? Seit wann? Alter, hä? Wenn ich früher die Mission gemacht hab, war das aber nicht so. Ich spiel in da. Oh, oh, wir haben noch 2 Minuten 43 Zeit. Kannst du die auch mal aufnehmen? Danke. Ja, ich hab ja ne Kamera dabei. Ich kann's ja noch Foto dokumentieren. Hilfst du, Typ. Das ist Marihuana zu verläuchten. Da steht's dann auch mal. Ich dachte, das fackelt hier alles weiter. Oder was hat der Typ hier gemacht? Wo ist denn hier noch was? Ist hier ein Strauch noch, oder was? Ich seh nix. Ist das Buggy? Wahrscheinlich. Okay, der letzte hoff ich mal. The truth ist einfach so ein behinderter Spacko, ey. Burn. Burn in hell. Oh, okay. Das war ein Bug da in der Anzeige. Okay, okay, okay. Die Kopf sind noch nicht da. Wir haben noch eine Minute 46 Vorsprung. Und jetzt erstmal mit The Truth reden. Auf dem Hippie-Bus, Alter. Ja. Frieden, Junge. Frieden. Oh, daneben. Oh, wieder daneben. Laber doch nicht. Junge, das kann doch nicht sein, dass die alle daneben gehen. Ich muss doch mal treffen. Okay, jetzt steht der da ganz gut. Schätze ich mal. Bleib stehen, du Bastard. What? Na, wurde dort Zeit, Alter. Auch wenn ich 100 Versuche gebraucht hab. Ich steig in das Mutterschiff. Ja, okay. Explodiert 100 Mal. Fahr zur Werkstatt nach San Fierro. Alter, das ist eines der längsten Fahrten überhaupt. Weil die Karre so langsam ist. Und weißt du, wisst ihr, wo San Fierro ist? Da oben. Hm, wir müssen nach links. Dann die Straße. Okay. Ja, und vor allem die Karre kommt gar nicht hoch. Ich bin in 15 Jahren gefahren. Du warst alles gut? Ja. Ja. Dann die Angst hat mich. Jetzt riecht ich ein Nummer, um die Wälder zu schließen. Ja, und wie komme ich denn hier weg? Okay, ich muss gerade aus... Äh, da lang. Du-du-du-du-du-du-du. Okay, dann werden wir auf Caesar und wahrscheinlich endlich mal unsere Schwester wiedersehen. Gucken wir mal, ob hier alles so weit ist. Ähm... 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 Kein Bock, dass die Karre sich überschlägt, so. Aber du wie immer mal unsere Schwester wiedersehen. Aber du gehst ja, aber du, 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 du. Ja, was auch immer mal, du, du, du. Ähm... Du, 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 du. Du, 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 du. Amigo. Be cool. Oh, fuck. Ähm. Können wir auch mal anhalten? Danke. 23. Sie sind endlich in San Fierro. Ich frage mich, ob es noch mal ein GTA nur geben wird. Nur so San Fierro oder Las Venturas. Aber ich glaube nicht. Man, ich kann nicht glauben, dass ich hier schon war. Äh, San Francisco. Dauten sind wir an unserer Garage. Hier werden wir noch sehr oft sein. Weil ich, wenn wir den Hippiebus haben, fahre ich da nicht wie sonst immer runter. Weil die Mission ja fehlschlägt, sobald da irgendwas passiert. Ich gehe lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, toll, wenn wir so viel Gras an Bord haben. Hier diese Brücke, Alter, was zur Hölle. Und dann fahren wir hier mal links. Hier fährt immer diese Bahn lang. Die ganz bekannte Tram. Oh, da sind schon wieder diese komischen Triaden-Spasten. So. Und da sind wir auch an der Garage, die wir jetzt ganz stolz besitzen. Wie toll die aufsieht. Das ist der Ort. Wow, Jesus, Alter. Sieht so aus wie du bist ein Bomber. RIP. Wir wurden richtig verarscht. Erstmal speichern hier. Lange nicht mehr gespeichert. Siehst du, seit Dezember nicht mehr? So. Dann können wir bestimmt noch die eine Mission hier starten. CJ immer ausnahmsweise. Oh nein, da geht das Telefon. Hey, Cesar, was geht? Ich habe die Laufzeit auf Smokes' Jey. Wo es ist, jeden Dienstag und Freitag die Castles-Liz-Los-Santos für San Fierro. Und dann jeden Dienstag und Saturday, eine Courier zieht die Jey zurück zum großen Smokes. Okay, ich bleibe ein Augenblick auf ihn. Mal sehen, ob ich das kleine Party kann. Okay, Mann. Weißt du, wir fallen hier auch gar nicht auf. Guck dir die mal an. Der Bulle hier, der mit seinem Schnäuzer. Kaum schwarze. Okay, der eine da jetzt. Der komische Typ. Aber guck dir die Olle mal an. Wie sieht die aus, Mann? Den Mongo kennen wir von der Tankstelle? Oh mein Gott. We have flowers in your hair. Das ist unsere Schwester. MOTHERFUCKER. Das Mute-Asshund. Das fucking Snake without a tongue. Gave mir diese Schithole in der Zeit ein Pink Slip. Ich muss die größte Idioten in der ganzen Welt. Holmes. Geh das einfach. At least wir live. Karl. Freund. Fellow Traveller. Relax, Mann. Du bist wirklich deine vibe hier. Ich bin sorry, ich mach deine vibe, Mann. Aber ich kann nicht warten, an meinen Mute und deine Fiebetchen-Güßens. Meine Cousin? Du gehst mit meiner Familie? Dies. Für nichts. Jetzt hast du etwas, und du wirst nicht mehr tun. Wir werden es gut machen. Wir werden helfen, oder? Wir haben dich zurück, CJ. Los geht's nicht, Mann. Du beide. Woa, Mann, die Energie hier ist fantastisch. Ja, gut. Aber wie soll ich einen guten Mechanismus finden, Mann? Ich weiß ein paar Leute. Komm mit mir, Freund. Sie sind gute Leute, ich schwöre. Ich schwöre. Alter, seine Augen. Ich weiß, das müssen wir nicht mit seinem Hippiebus fahren. Und da ist die Tram, die besagte. Hey, Mann, wie machst du diese Leute eigentlich? Ich habe ihn mit 89 Jahren. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Das Lied kennt ihr bestimmt auch alle, was da im Hintergrund läuft. Wer mal GTA hier gespielt hat. Deshalb, das ist das gefährliche, deshalb muss das wieder aus. Zum Gottsten. Hoppla. Die Tram, die unzerstörbare, das ist auch so geil. Das ist wie dieser Zug in GTA, ähm, in GTA 5, den man auch nicht anhalten kann. Hoppla. Oh, no, no. Ja, geil. Ach, guck mal, da unten drunter hängt der. Hey, Jethro. Hopp in, man. I've landed you a real job. Hey there, truth dude. Oh, man. Do, do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora district. Westa here. Yeah. You sick? The government is. But that's a long story. Wow. What's the deal, dudes? I'm open in the garage and doors by the waste ground. You know? Car mods, low riders, all that shit. You damn? The polar bear shit in the woods. Oh, my God. But there's no shit in the liquor jet. If I remember it, right? Yeah, that was like, so far gone. Holy shit, ey, die haben alles so is here, diesen richtig bekloppt. Wow, man's just weird. Das ist so, wow! Und Yosio. Das ist so cool. Es ist so cool. Ist so cool. Und irgendwie mag ich Grove Street, also Los Santos Meer, Alter. Wie die einfach Gas gegeben. Was zur Hölle! Wo es hier immer so 10 Meter hoch geht Dann geht es wieder runter hier Ja Am ich tripping oder are we flying? Irgendwie ist das auch eine coole Gegend Einfach Oh, da ist das Krankenhaus Ähm So Oh, da sind wir am Sanfio Medical Center Nö, gar nichts Seine Augen Müsste man gerne mal googlen Ohne Scheiß Woher die einfach so einen Scheiß haben Was ist ein Subcutan Den anderen hab ich mir vergessen Und wo ist denn Dwayne am Hotdog Stand Achter Erstmal bestimmt wieder hupen Naja Dwayne Man Weißt du mit den Leuten Ich weiß gar nicht Wo man mit denen überhaupt Geschäfte machen sollte Der und seine komischen Freunde Die alle nur die ganze Zeit bekifft hier rumrennen Äh, ganz ehrlich Oh Nicht in den Bullen fahren Nicht in den Bullen Ja, da haben wir unsere Yakuza-Spaßen Dann gehen wir mal hier Gas Ich will auch mal fertig werden Mit der Kackmission Die Leute rumfahren So, dann sind wir bei dem Bullen-Ding Bei der Cop-Station Okay You know the drill Don't look interested in anything Picture a pink golf ball in your mind Okay, we're good to go Where to next, space head There's an electronics guy I've had dealings with Goes by the name of Zero He can use a supercomputer with a paperclip He's got his own shop But he's always ready to help fellow travelers along the path Let's go introduce you to him Look, what's going on, True? Who was in Doom? Don't go there Listen to Joe Yo, what if I told you we never went to the moon JFK lives in Scotland with Janis Joplin And the only reason we've been in the Cold War for the last 45 years Was because snake-headed aliens run their oil business I think you popped another Microdot Good, keep it that way Stell sich mal einer bitte vor, was der gerade gesagt hat Wir hatten den Kalten Krieg Weil Aliens Wenn die mit Aliens um die Ölindustrie gekämpft haben What the fuck Oder Schlangenförmig in Aliens von mir aus auch noch Holy shit, Alter Wer denkt sich eigentlich so ein Bullshit aus? Aber die Leute, die hier hinter sitzen sind einfach Chinese Na komm Oh, Junge, wieder die unzerstörbaren hier Dude, I don't like this Junge, die Karre, die driftet so krass Jedes Mal, ich kann nicht mal um eine Ecke fahren Boah, da haben wir wieder andere Gangs Alter, was ist das denn hier? Ja, das wird wahrscheinlich der Typ sein Zero RC Kann ich hupen? Geh raus da Verpiss dich Leave me alone, Berkeley This is stalking Oh, hey, truth Get in I'll fill you in as we drive Home, James 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 Zero, Carl Sir Carl, here is open in the garage around the corner I told him, you're the man to speak to when it comes to electronics Actually, I'm the only man to speak to any man Allein die Stimme sagt schon alles Ja, 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 HDF, jetzt gehen wir erstmal hier rein A week of hard work And we'll transform this place Hey, Caesar Come over here What's up, B? Caesar Just Jethro, Dwayne, and Zero Hey, man Dude Salutations, my sibling Orderly, let's get to work Hey, hey Carl, look I think I found a way for us to get paid I ain't going to no college to study no account No, idiot Property Decorating ain't exactly my thing either No, property development Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it Or better yet, you turn the property into a business The snowball gets bigger I don't know, sis, this all sound big time to me Look, Carl, this place is going to get on its feet And when it does, we are going to have money If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you Look, I wouldn't even know where to store Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes Hey, man, you chose her, I'm stuck with her No, I see Na gut, das war's dann nicht mal mit der Mission Die ging ja 100 Jahre lang Um nur Leute durch die Gegend zu fahren Mir persönlich hat James und so Weißt du, dass du gar nicht grab Bock hab Irgendwie? Komm her Komm her, du Pisser Komm her Pisser Bam, Junge, krieg's mit der Schaufel Wat will die... Olle Weißte Tschüss Komm wir nehmen den Anruf mal entgegen noch Ja, mach mal. Ach, guck mal, wir haben auch hier andere, naja, Bekanntschaften. Alter, ist die hässlich. Okay, dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge, haut rein, ciao.